Was geht YouTube? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder in COD. Zweite Runde, zweites Glück. Was passiert in der zweiten Runde? Seht selbst. Aber bevor das Video startet, vielen, vielen Dank erstmal für den Support und lasst gerne doch ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich jetzt tue. Und 98% übrigens haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Also macht das doch gerade schnell, bevor das Video startet. Ich bedanke mich im Voraus und viel Spaß mit dem Video. Geben wir mal rein mit, ne nicht mit TDM, auch nicht mit Abschluss, doch mit Abschluss. Mit Abschluss bestätigen. Ne Abschluss bestätigen wir. Herrschaft, Stellung. Suchen und Zerstörung holen wir raus. Controller holen wir raus. Hauptquartier holen wir raus. Ach, die Shader waren doch noch gar nicht richtig geladen. Ja, aber moin, Alter. Da müssen wir jetzt mal warten, bis die Shader geladen sind. Gucken wir mal, was es noch für Maps gibt, außer Nuketown, was halt klar war. Was ist denn? Payback. Aber ey, die Map-Bootik wieder drin. Das ist immer schmackowatz. Ist zwar alles so ein bisschen, also so Herrschaft und sowas, mag ich zwar jetzt nicht so, aber dadurch kannst du halt so die meisten Punkte am Anfang machen, ne? So, D-Tisch. D-Tisch, ich bin Level 2, Mann. Was ist das? Die sind jetzt zwar nicht richtig, aber egal, D-Tisch. Irgendwas noch erinnert mich, die Möp. Geben wir mal auf Kommando. Wir wissen was Schnelleres. Könnte, könnte, könnte maybe ein bisschen, ein bisschen schneller sein. Oh nein. Ja, dergert. Erstmal in die Gegner reinrennen, sehe ich mich. Da. Dergert, ich habe hier so scheiß Krümel noch von diesen. Von diesen Dings hier. Von diesem Cracker, den ich da gefressen hab, Mann. Ach, Digga. Er spawnt halt hinter mir so. Oh, ne, er war hinter mir. Okay, Digga. Das Ding steuern ist ja... Weit, ist das jetzt ein Bug, oder ist das... Feindliche Drohne gesichtet. Einfach, jetzt hier sicher. Bravo verloren. Scanne das Gebiet mit Aufklärungspunkt. Wir verlieren Charlie. Wir kontrollieren drauf. Oh, die Waffe ist... Boss, Alter. Nee, ach. Okay, aber nur... Na, maybe. Was ist das denn? Digga, einfach Morphin gespritzt, Digga. Ach so, das ist Morphin. Oh, okay. I understand. Digga, wo geht's hier denn überall lang? Oh, das ist... Okay, das ist ja uncool. Digga, wo spawnen die denn? Okay, mittlerweile ist ruhig stehen bleiben, der... Der Call, oder was? Ich check's noch nicht so ganz. Digga, wie ich hier teilweise zocken muss, ist... Ist übel weird, Digga. Eber die Waffe... Geiler. Oh, hab ich mich erschrocken. Schade. War aber schon mal blutrünstig. War schon mal not bad. Digga, ich bin nicht über dieses... Kleinklettern, Bro. Okay, du kannst wenigstens... Ein bisschen schießen... Wenn du irgendeine Aktion quasi machst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das schlecht. Ah, nicht da kratzen. Dumm. Böde Idee. Kannst du mal die Schnauze halten? Ich muss 10 mit... Tatsächlich miterobern. Um halt... Ach, Digga. Hä? Digga, was schluckt der Typ wieder? Ich schieße wieder Milchgumibärchen. Ja, ich weiß, Chat. Ich bin nicht der Allerbeste. Sorry, Bro. Ich musste nachladen, Diggi. Checkst du. Irgendwann ist der Scharfschützer. Einnehmen geht echt... Fix, Digga. Ich hab ihn, ich hab ihn noch gehört. Ah, das ist ein Trophy. Guck mal da. Yo, mit drei, Mann. Oh mein Gott, was war das? Also ich weiß nicht, ob das hinlegen oder sowas mehr bringt. Ah, der war gut. Digga, ich sitze auf dieser Treppe, aber einfach noch falsch rum. Okay, wenn du reinjumpst, musst du es auch haben. Zu viele Tastengleis hatte ich gedrückt. Sorry. Oh, was war das? Lass dich doch da weiter... Ah. Okay, war not bad. Wie aber auch keiner wirklich aktuell im Haus ist oder so. Das fühl ich grad schon ein bisschen. Das ist das Dreiwegesystem wieder. Ja gut, irgendwo müssen die halt auch spawnen so, ne. Anders da geht's halt auch nicht. Oh, komm. Digga, wie er da steht. Wenn du hinrennst, musst du ihn haben. Mein Call. Ich renne weak dahin. Das macht halt auch keinen Sinn. Nicht gut. Also es gibt anscheinend manche Waffen, die sind schon nicht so schlecht. Irgendwie keiner mit mir einnimmt. Unkorrekt. Scheiße, blöd. Kennt ihr diesen Moment wieder, weil CBD so ein bisschen aufgeregt seid? Also ich muss sagen, es macht bis jetzt mal Bock. Also nicht Bock, weil ich Geld dafür ausgegeben hab, sondern... Ja, macht schon Laune. Oh, ja gut. Da dran zu gehen, ist halt blödsinnig. Ach, der ist da hinter mir. Ja, manchmal check ich's nicht. Oh, yo. Okay, 46, 32. 1,4, 1,4 Quote, alles gut. Die Mission ist total am Arsch.